Für manche Audiobearbeitung, da braucht man keine ausgewachsene DRW wie Logic, Studio One, Cubase, Pro Tools, Reaper, FL Studio und du sagst eine Ableton Live. Da reicht auch ein kostenloser Audio-Editor wie zum Beispiel Audacity. Aber die mitgelieferten Plugins aus Audacity sind gelinde gesagt gewöhnungsbedürftig. Manche würden sogar behaupten, die sind aus dem letzten Jahrtausend. Weil Audacity aber trotzdem cool ist, zeige ich dir heute mal, wie du mit einem dynamischen Equalizer wie zum Beispiel dem kostenlosen TDR Nova ganz einfach jede Stimmaufnahme in Audacity auf akustischen Hochglanz bringen kannst. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's mit dem Adventskalender. Präsentiert von Monkey Banana, Storia Mastering, ghosthack.de Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, für die ein oder andere Audiobearbeitung, und da braucht man keine großartige DAW wie die großen Schlachtschiffe Logic Pro X und so weiter, sondern da reicht Audacity komplett aus. Audacity ist ein kostenloser Audio-Editor, den man sich im Internet runterladen kann. Den schauen wir uns gleich mal an. Aber was wir auch brauchen, ist der kostenlose TDR Nova. Ein dynamischer Equalizer, der wirklich Unmengen an Features mitbringt, mit dem man wirklich jede Bearbeitung seiner Stimme oder auch von jedem anderen, von jeder anderen Aufnahme machen kann. Also laden wir uns doch erstmal den TDR Nova runter. Ich bin hier gerade auf der Seite von Tokyo Dawn, da muss man einfach nur runterscrollen und lädt sich dann hier entsprechend das Paket runter, was man braucht. Ich bin jetzt hier gerade auf dem Mac, also laden wir mal das Mac-Paket runter. Bestätigt noch eben, dass wir die kostenlose Software-Regel hier einhalten und speichern das Ganze dann in einem Ordner, den wir uns aussuchen. Das machen wir nochmal. Den Newsletter habe ich schon. Und wenn der Download abgeschlossen ist, dann sollte in unserem Ordner dann das Paket liegen. Das können wir dann entspacken. Klicken wir mal doppelt drauf. So, müssen wir die Installation durchführen. Das hast du sicherlich auch schon hunderte Mal gemacht, eine Installation bei dir durchgeführt. Einfach installieren, Passwort noch eingeben und schon läuft die Installation durch. Und als nächstes brauchen wir dann, wenn die Installation wie hier jetzt erfolgreich gewesen ist, brauchen wir als nächstes natürlich unseren Audacity. Den starten wir mal. Ich mache mal Audacity an. Habe ich hier in der Kurzweil drin liegen, in der Leiste. Und da haben wir jetzt schon Audacity. Das Wichtige bei Audacity ist jetzt, dass du Audacity sagst. Ich habe schon ganz oft Audacity gesagt. Oder heißt es Audacity? Kannst du mir hier unten reinschreiben, wie es richtig heißt. Also das Wichtigste ist, dass wir dem Programm sagen, dass dieses neue Plugin überhaupt erstmal da ist. Und dazu gehen wir mal hier oben bei Audacity auf Effekt. Und dann können wir hier Erweiterung hinzufügen und entfernen. Aber wir wollen ja hinzufügen, also klicken wir das mal an. Dann geht eine Leiste, eine Liste auf und hier sind eine ganze Menge Plugins aufgeführt, die ich in meinem System habe. Ich klicke mal einen an und drücke einfach mal auf der Tastatur TDR und schon springt er dann dahin. Und ich brauche nicht lange suchen. Da ist der TDR Nova jetzt und den kann ich jetzt dadurch, dass er markiert ist, einfach mit einem Klick hier unten rechts auf Aktivieren aktivieren. So einfach ist das auch schon. Wenn er dann aktiviert ist, also wenn das hier bestätigt ist, dass der Zustand aktiviert ist, können wir das auch schon schließen. Und du kannst deine Audio-Datei dann direkt in Audacity reinladen. Ich habe schon mal eine Datei vorbereitet. Die öffnen wir mal. Das ist ein kleiner Auszug aus der Barbara. Wir können ja mal kurz reinhören, was die Barbara zu sagen hat. Denn die Rhabarber-Barbara ist ja eins der bevorzugten Objekte, wenn ich Sprachaufnahmen mache. Also hören wir mal kurz rein in die Aufnahme von der Barbara. In einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara war in der ganzen Gegend für ihren ausgezeichneten Rhabarberkuchen bekannt. Das ist die Rhabarber-Barbara, die bei mir so oft herhalten muss, wenn ich Sprachaufnahmen zeigen möchte. Und die wollen wir jetzt mal bearbeiten. Wir hören auf jeden Fall, dass die Stimme untenrum, also in den tieferen Frequenzen, ein bisschen belegt klingt, also ein bisschen mumpfig klingt. Und obenrum bei den S-Lauten vielleicht ein bisschen scharfe S-Laute haben kann. Also dass die S-Laute, sagt man, dass die ein bisschen durchkommt. Beides Sachen, die man perfekt mit dem TDR Nova bearbeiten kann. Ich gucke mal hier oben unter Effekt. Und da wird jetzt hier unten im unteren Bereich bei T, wird dann der TDR Nova angezeigt. Und da können wir jetzt draufklicken, machen wir mal. Und dann startet auch schon der TDR Nova in der Default, in der Standardeinstellung. Und den können wir uns jetzt einstellen. Wichtig, und das darfst du nicht vergessen, du solltest die Spur einmal vorher markieren. Denn wenn jetzt nichts angezeigt oder nichts bearbeitet werden sollte vom TDR Nova und du schraubst irgendwie dran rum und denkst, die Stimme ändert sich überhaupt gar nicht. Markiere einmal die Spur, damit Audacity dem Plug-in sagen kann, hier um dieses Audio geht's. Und dann hast du kein Problem. Ich aktiviere meistens noch hier oben rechts bei In, wenn ich hier auf In klicke, noch den Analyzer, dass mir so die Frequenzen angezeigt werden, dass ich also optisch sehen kann, dass was reinkommt. Ich klicke mal auf In und dann müsste jetzt eigentlich, wenn ich starte, wenn ich hier unten links mal auf den Abspielen-Button gehe, dann müsste eigentlich hier die Wellenform jetzt angezeigt werden im TDR Nova. So, also können wir jetzt mal bearbeiten. Das heißt, der TDR Nova weiß, was er bearbeiten soll und ich mache jetzt mal eine Standardsprachbearbeitung, die ich so hier machen würde. Also ich würde als erstes mal einen Low-Cut setzen, den ich so ungefähr bei 50 Hertz einsetzen würde. Dann würde ich im ersten Band, würde ich wahrscheinlich einen Low-Shelf nehmen und hier ein bisschen absenken. Und falls du dich genau fragst, was ich hier gerade mache, ich habe das alles schon mal ausführlich in diesem Video hier oben erklärt. Deswegen gehe ich jetzt hier nicht so in die Tiefe rein, sondern du guckst dir bitte, wenn du da Fragen hast zur Anwendung vom TDR Nova bei Sprachaufnahmen, genau dieses Video nach diesem Video an. Und da kannst du alles erfahren, was ich wann, warum gemacht habe. Und die Einstellung, die ich da zwar in einer DRW zeige, die kannst du einwandfrei auch hier auf Audacity übertragen. Deswegen überhaupt kein Problem. Ich gehe noch eben kurz hier aufs vierte Band und schiebe das noch in den Bereich der S-Laute rein. Und dann gucken wir mal direkt, wenn ich den jetzt gleich aktiviere, was passiert mit unserem Sprachsignal. Ich habe jetzt hier also im Bassbereich abgesenkt ein bisschen. Ich habe die Wärme rausgenommen und ich senke noch die S-Laute dynamisch ab. Also immer wenn ein scharfes S kommt, dann wird das S abgesenkt. Aber wie gesagt, alles in dem Video hier oben verlinkt. Da wirst du ausführlich darüber informiert, wie man eine Sprache bearbeiten kann. So, ich habe es jetzt mal grob eingestellt. Grob, so wie ich es machen würde. Und jetzt hören wir mal, was passiert ist. In einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara war in der ganzen Gegend für ihren ausgezeichneten Rhabarberkuchen bekannt. Siehst, man kann also auch mit der Sweep-Methode hier arbeiten. Auch diesen Bereich, den ich jetzt überbetont habe, den möchte ich noch ein bisschen absenken. Aber nicht 7 dB, sondern nur 3 dB. Minus 3 dB. Und schon ist die Stimmbearbeitung fertig. Wie gesagt, ausführlich in dem Video. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch auf Anwenden klicken. Und schon wird alles eingerechnet. Und wir können das Plug-in stoppen. Und unsere Datei klingt jetzt wie folgt. In einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara war in der ganzen Gegend für ihren ausgezeichneten Rhabarberkuchen bekannt. Perfekt. Mit dem TDR Nova konnten wir also die Stimme bearbeiten und konnten alles anwenden, was wir in großen DAWs auch machen. Nur eben in einem kostenlosen Audio-Editor. Und das Ganze dauert gerade mal 3 Minuten, wenn du weißt, was du tust. Alles, was du wissen musst, habe ich dir ja verraten. Findest du in dem Video. Und wir sehen uns dann morgen zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassu! Und bis dahin wünsche ich dir das Beste. Und bis dahin wünsche ich dir das Beste.